Hallo liebe Fans! Wir drei wollen uns mal bei euch ein bisschen genauer vorstellen. Ich bin Per Locke, ich bin 23 Jahre alt. Lieblingsposition ist so das zentrale Mittelfeld. Ich habe in meiner Jugend beim VfB Schuttgart gespielt und bin dann über Borussia Mönchengladbach zu Waldorf Mannheim gekommen und jetzt zur neuen Saison bin ich jetzt hier. Brian, das ist auch neu bei uns. Wo warst du so? Genau, ich bin Brian Behrendt, 32 Jahre alt, habe viele Jahre in Österreich verbracht, war sieben Jahre bei Rapid, bin dann zurück nach Deutschland gegangen und habe dann bei Arminia Bielefeld gespielt. Bin dann über Eintracht Braunschweig, ein halbes Jahr jetzt zuletzt bei Halle gewesen im Osten und habe da mit unserem letzten Neuzugang Meris Genderovic zusammengespielt. Ja, also wie Bäre schon gesagt hat, ich bin Meris Genderovic, bin 26 Jahre alt. Meine Lieblingsposition ist Mittelstürmer. Ich kann aber auch auf dem Flügel spielen. Und meine bisherigen Stationen waren die ganze Jugend von Hoffenheim ab der U12. Danach war ich auch in Österreich kurz ausgeliehen beim TSV Hartberg, dann in Jena ausgeliehen, in Schweinfurt ein Jahr, bei 60 Jahren in Halle und jetzt bin ich bei den Blauen. Uns gefällt es, glaube ich, ich kann für uns alle sprechen. Gelände, Stadion sehr, sehr gut. Ist für mich auch das erste Mal so ein bisschen Regionalliga-Luft zu schnuppern. Bin sehr, sehr positiv überrascht, fühle mich aber auch mit der Familie wohnlich sehr, sehr wohl. Also fühle mich sehr heimisch hier. Wie sieht es für euch aus, Per? Ja, die Mannschaft hat uns, glaube ich, richtig gut aufgenommen. Ich glaube, da kann ich auch für alle sprechen. Hat sich direkt angefühlt, als wäre man schon länger mit der Truppe zusammen. Und ich glaube, da können wir auf jeden Fall erfolgreich werden. Ja, da kann ich den beiden Jungs auch nur Recht geben. Ich bin ja erst seit zehn Tagen hier, aber wurde super aufgenommen. Auch außerhalb vom Platz war ich schon Essen mit Jungs und deswegen passt alles soweit. Auf die Blaue! Auf die Blaue! So! Now! So! Untertitelung des ZDF, 2020